ein herzliches willkommen zu einer neuen folge vom fernbussimulator busport fast system sound design wir werden heute von münchen nach berlin fahren und zwar mit der linie 600 und dazu heiße ich euch herzlich willkommen ich habe bereits die gepäckklappe geöffnet so dass wir mit dem borden beginnen können und dort stehen unsere fahrgäste die wir jetzt hier einzeln einchecken werden beginnen werden wir mit diesem herrn und ob dann nehmen wir hier weiter nehmen wir den herrn er möchte nach berlin das ist richtig dann diese dame ich möchte nach leipzig dann möchte der herr nach tut mir leid in krezzwamilch du das so möchtest nach berlin auch das ist richtig du möchtest nach leipzig auch das stimmt du möchtest nach berlin das stimmt du möchtest nach berlin leipzig ich glaube dann ist nur noch die gute dame übrig auch leipzig stimmt ja dann ist er der einzige der leider hier bei dem falschen bus steht das heißt wir sind fertig mit borden schauen sich noch ein wenig um hier in münchen zapp zentraler omnibus omnibus bahnhof wunderschön also seht euch das hier mal an eine schöne architektur muss ich wirklich sagen auch die hochhäuser hier also wirklich vom aller feinsten kann ich nur sagen aber bevor wir noch mehr zeit verlieren würde ich sagen steigen wir in unserem bus wenn uns unsere ansagen an die begrüßungsansicht aber vor allem ist natürlich noch die klappe zu schließen so dann steigen wir ein setzen uns auf unseren sitz und dann hören wir uns unsere aktuelle ansage die auf dem busbord zu sehen ist an und zwar ist dass die ankunft leipzig gar nicht ich muss das eben um ändern einen moment so da sind wir wieder und zwar ist das die aktuelle ansage die begrüßung münchen und die aktiviert ihr wenn ihr die taste 0 drückt dann kommt nämlich folgendes einen wunderschönen guten morgen meine damen und herren mein name ist micha schmidt und ich begrüße sie im namen unserer busgesellschaft herzlich an bord unserer express buslinie 600 auf dem weg von münchen nach berlin über leipzig ich freue mich ihnen mit ein zu können dass laut boardingplan alle passagiere sich bereits an bord befinden und wir in kürze unsere fahrt beginnen werden während der fahrt werden wir auch eine kurze rastpause von 20 minuten einlegen in der sie kostenlos kaffee oder erfrischungsgetränke genießen können weitere informationen erhalten sie durch unsere automatischen ansagen im bus bei fragen stehe ich ihnen während der zwischenhalte gerne zur verfügung lehnen sie sich jetzt bitte zurück und genießen sie unsere gemeinsame fahrt vielen dank für ihre aufmerksamkeit good morning ladies and gentlemen mein name is michael schmidt and on behalf of our bus company i warmly welcome you aboard our express bus line 600 from munich to berlin via leipzig i'm pleased to announce that according to the boarding plan all passengers are already on board and will be starting our journey shortly during the trip we will also be making a short rest stop of 20 minutes during which you can enjoy complimentary coffee tea or refreshments further information will be provided through our automated announcements on the bus if you have any questions i will be happy to assist you during the intermediate stops please sit back and enjoy our journey together thank you for your attention ja damit ist alles gesagt wir können losfahren auf geht's zu unserem ersten halte damen und herren im namen unserer busgesellschaft möchten wir alle fahrgäste an bord der express buslinie 600 auf der fahrt von münchen zentraler omnibus bahnhof nach berlin zentraler omnibus bahnhof mit zwischenhalt in leipzig hauptbahnhof recht herzlich begrüßen bitte nehmen sie platz und machen sie es sich bequem an bord des busses steht ihnen im hinteren bereich eine toilette zur verfügung sowie ein kostenloser zugang zum internet zugangsdaten finden sie in der broschüre die sich in der tasche des vordersitzes befindet des weiteren haben sie die möglichkeit über einen usb anschluss ihre mobilen geräte mit strom zu versorgen wir wollen sie darauf hinweisen dass das rauchen im bus nicht gestattet ist zudem gilt während der fahrt für alle fahrgäste eine gurt und anschnallpflicht die aus sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist herr michael schmidt ist heute der fahrer auf dieser fahrt bitte beachten sie dass aus sicherheitsgründen während der fahrt an den fahrer keine fragen gestellt werden dürfen sollten sie jedoch fragen haben steht ihnen unser fahrer während den zwischenstops gern zur verfügung wir wünschen ihnen jetzt eine angenehme fahrt und freuen uns darauf sie sicher und komfortabel an ihr ziel zu bringen unser nächster planmäßiger halt ist leipzig hauptbahnhof dear ladies and gentlemen on behalf of our bus company we would like to extend a warm welcome to all passengers on board the express bus line 600 traveling from munich central bus station to berlin central bus station with a stopover in leipzig central station please take a seat and make yourself comfortable on board the bus you have access to a toilet in the rear section as well as free internet access the access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat additionally you have the option to charge your mobile devices through a usb port we would like to remind you that smoking is not permitted on the bus for tamor all passengers are required to wear seatbelts during the journey which must be strictly observed for safety reasons mr michael schmidt is your driver for today's journey please note that for safety reasons no questions can be asked of the driver during the journey however our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops we wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination our next scheduled stop is leipzig main station ja wie gehabt wunderschöne ansagen das muss man wirklich an dieser stelle noch mal sagen die fest ist da eingebaut hat eingesprochen hat ganz ganz große arbeit noch etwas zum busport an sich wenn ihr dieses busport dann euch erworben habt wenn dieses dann veröffentlicht wurde wäre es natürlich von vorteil ihr habt einen zweiten bildschirm denn dann könnt ihr euch den busport diesen player auf den zweiten bildschirm schieben und dort dann könnt ihr dann genau verfolgen welche ansage gerade aktuell ist welche als nächstes kommt damit ihr dann genau wisst welche ansage ihr dann wann abspielen müsst ist auf jeden fall vom vorteil ich mache das auch so schiebe mir den auf den zweiten bildschirm und kann dann genau dort ablesen welche ansage wann kommt welche ansage als nächstes kommt weil der wird im spiel selber nicht eingeblendet wie ihr seht ich habe das versucht es ist leider nicht möglich deswegen wäre es von tollem vorteil ihr habt einen zweiten bildschirm dort könnt ihr euch dann die schöne busport hinschieben und dann von dort aus dann die entsprechenden ansagen ablesen welche ihr dann wann abzuspielen habt abspielen werdet ihr das ganze könnt ihr das ganze damit die taste 0 auf eurem nummerblock auf der tastatur hier ist grün ich sehe das gar nicht wegen der sonne dort könnt ihr euch dann genau die ansagen abspielen die ihr dann wann braucht wir bräuchten jetzt als nächstes die ansage rastpause heraldswind hier ist rot heraldswind auf der a9 kurz vor leipzig so circa 100 kilometer vor leipzig kommt dieser parkplatz das habe ich mir schon mal so ein bisschen herausgesucht bzw ich bin die strecke schon ein stück abgefahren bis dahin einfach um zu wissen wo der parkplatz ist das solltet ihr solltet ihr im übrigen auch tun wenn ihr euch eine strecke sucht dann wenn ihr dieses spiel habt fahrt die strecke vorher ab es macht auf jeden fall sind die strecke vorab abzufahren vor allem wenn ihr die strecke in wenn ihr das ganze video irgendwie das szenario im let's play machen wollte macht es sinn die strecke abzufahren vorher weil wenn die strecken fremd seid ihr wisst nicht wo die parkplätze kommen wann die parkplätze kommen und deshalb wäre es ganz gut wenn ihr die strecke dann vorher abfahrt damit ihr dann genau wisst wann welcher parkplatz kommt wo ihr zu halten habt und 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 ich habe das auch gemacht und deswegen weiß ich jetzt dass circa 100 kilometer vor leipzig der parkplatz kommt macht auf jeden fall sinn so jetzt müssen wir hier gleich weiter gerade ausfahren das heißt wir bleiben immer schön links übrigens wenn ihr die spiegel diese spiegel eingeblendet habt und ihr wollt das nicht drückt die tabtaste und dann müsst ihr auf die jeweiligen spiegel alle draufklicken mit der maus da drückt ihr wieder die tabtaste sind hier ausgeblendet das jetzt auch so gemacht weil mich stört das einfach wenn mir diese zusätzlichen spiegel eingeblendet sind weil ich habe hier zwei spiegel sehe ich ganz gut und ich finde das reicht aber das muss natürlich auch jeder selber wissen wie er spielt wie er fährt mich persönlich stört es deswegen habe ich die weg geblendet wir reichen die beiden spiegel die hier vorne habe die busseigenen spiegel deswegen brauche ich nicht irgendwelche spiegel noch eingeblendet haben aber das muss euch jeder wie gesagt selber wissen dafür müssen wir fast in die karre gefahren wollen wir mal schön über 50 bleiben nicht sofort geblitzt werden jetzt tempomat eingeschaltet wird nicht zu schnell werden braucht man da nicht drauf achten der bus war ganz alleine hält die geschwindigkeit sollst du vor 100 können wir die auch fahren oder zumindest in die richtung gehen weil 100 weiß ich nicht ihr seht die kurven hier sind doch recht steil vor allem müssen wir hier gleich links abfahren durch die autobahn richtung a9 auf die a9 und die werden wir ein ganzes stück fahren das kann ich euch versprechen also werden wir bis leipzig fahren dann noch weiter also das wird jetzt kein großes autobahn wechselte spiel sondern die a9 gehört jetzt erst mal uns für eine ziemlich lange zeit so wir dürfen du wirst warten genau und da fahren wir jetzt auf die a9 richtung berlin beziehungsweise erst mal richtung leipzig denn das sieht ja unser inzwischen halt wo eventuelle fahrgäste aus und andere wieder einsteigen können es gab ja wir hatten ja am anfang paar fahrgäste dabei die bis die leipzig als ziel hatten dann von dort auch her werden wir natürlich fahrgäste haben die dort aussteigen das mit der sonne geht mit ziemlich auf den keks muss ich ehrlich sagen spielgesicht gar nichts das wird sicher gleich liegen wenn wir die kurve gefahren sind wie gesagt die fahne ist 300 kilometer bis zum ersten halt bis zum ersten halt am parkplatz heraldswind dort werden wir unseren ersten halt abhalten damit die leute sich mal die beine vertreten können eventuell auf die toilette gehen können weil so 300 kilometer im bus sitzen stelle ich mir schon als sehr anstrengend vor vor allem wenn man dann noch irgendwie auf toilette muss oder so das kann mitunter schon sehr unangenehm werden deswegen ist das schon von nöten wenn man da irgendwie drauf dann doch mal eine pause einlegt vor allem für den busfahrer ist das ja auch angenehmer wenn er sich mal die beine vertreten kann und mal ein bisschen zur ruhe kommen kann und sich von der konzentration auf den verkehr hier ein bisschen erholen kann jetzt ein bisschen der pomat einschalten wenn wir immer so ein bisschen mit 100 durch die lande schleichen hätte ich fast gesagt aber er gut auf der auf der autobahn mit 100 stand dann doch schon fast schleichen das stimmt schon zieht dran vorbei gibt ein bisschen gas sonst werde ich hier die 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 dann bleiben wir mal so ein bisschen auf der mittelspur ich finde es am besten zu fahren links kommt immer schnellerer verkehr und rechts langsam in form von lkw deswegen finde ich die mittelspur gar nicht so schlecht für uns die einfach zu fahren stört uns eigentlich selten jemand außer es wechselt mal jemand dahin aber das ist eher selten der fall daher finde ich die mittelspur an sich ganz schön zu fahren um eine 30 120 100 gut die farme ja dann geht uns das nicht wie gesagt ich werde dieses video auch heute bis leipzig machen und den rest dann leipzig nach berlin in einem gesonderten video weil das sonst einfach zu lange wird noch mal etwas in eigener sache zu fest ist die ganze ganze homepage befindet sich im umbau beziehungsweise der ganze shop wird in einer ganz neuen aufmachung daherkommen seid darauf gespannt das sieht sehr sehr schön aus ich habe schon sehen dürfen finde ich wirklich wunderschön sehr gelungen es wird auch in zukunft einige neue briten auf meinem kanal geben zu fast ist zum beispiel eine ganze kurze rubrik zu den neuen repains oder zu allen repains die es schon gibt dort vom ts auch neue szenarien alte szenarien die es dort gibt werde ich euch präsentieren damit ihr einfach mal einen überblick bekommt was fest ist zum sound design so im angebot hat überhaupt wird es in zukunft auf dem kanal geben immer mal wieder ein szenario immer mal wieder ein szenario oder ein video mit verschiedenen repains an verschiedenen lokomotiven oder auch personenwagen seid darauf gespannt es wird in zukunft viel mehr von fest ist im game fest ist im sound design geben an videos an szenarien an vorstell videos info videos es wird ein info video zu diesem ganzen busport geben wie das ganze funktioniert wie ihr euch die szenarien ladet wie ihr das ganze mit dem busport macht ich werde euch das alles noch erklären in gesonderte videos in der nächsten zeit in zukunft seid darauf gespannt freut euch darauf exklusiv nur bei mir es wird es wird es nichts woanders geben auch die ganzen touren hier diese szenarien mit dem busport und dem fernbus simulator wird es nur bei mir geben ihr werdet es nichts woanders sehen können daher freut euch darauf dass es alles in zukunft sehen geben wird an videos am kanal soviel dazu wir haben jetzt noch 333 kilometer bis leipzig vorher machen wir eine pause auf dem auf dem rastplatz heraldswind hier auf der a9 die wird ca 100 kilometer vor leipzig mit dieser packt jetzt kommen während wir jetzt hier mal so ein bisschen die langsam langsamer fahrzeuge beruhig werden so und dort haben wir eine katastrophe sag ich schon ja eine kontrolle ja gut dann müssen wir das halt in anspruch nehmen beziehungsweise wir uns ergehen lassen da können wir ja noch mal nichts dran machen das dann lassen wir uns mal kurz kontrollieren und der polizei das gehört nun mal dazu wo ich die strecke abgefahren bin kam die polizeikontrolle genau am parkplatz heraldswind nun ist sie deutlich früher aber ja das ist halt so ne spiel zu spiel verschieden so dann schauen wir mal ob wir alles eingehalten haben grün 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 angeschnallt sind sie alle angeschnallt sicher tafograph perfekt die haben alles erfüllt keine beanstandung das sieht gut aus würde sagen können wir fortsetzen können weiterfahren weil rasten werden wir hier noch nicht das ist nicht der parkplatz heraldswind der kommt wie gesagt noch so wenn wir einfach weiterfahren so so 330 km sind es noch insgesamt bis leipzig so tempomat angenehmste fahren und die transporter rasen an mir vorbei so gut ich fahr ja auch nur 100 ich fahr mit sicherheit 120, 130 der pkw ist deutlich schneller als der transporter aber der transporter bleibt stur auf links dass der pkw bremsen muss ich muss jetzt auch nach links weil er kommt mit dem postwagen in die quere und ein lkw deshalb werden wir hier mal schön links geschmeidig dran vorbeifahren tml statt dhl ich finde es ja immer wieder witzig diese nicht lizenzierten markennamen oder firmennamen finde ich richtig putzig muss ich ehrlich sagen teilweise witzig muss ich ehrlich sagen teilweise witzig wir fahren weiter wie richtung berlin nürnberg und so weiter Wie gesagt, wir bleiben eine ganze Weile auf der A9. Fahren die A9 sozusagen rauf jetzt. Von unten nach oben. So, was fährt da? Fährt da ein Kollege von uns, oder? Der fährt aber auf der falschen Spur. Oder wo fährt der jetzt? Der fährt, glaube ich, doch weiter Richtung Berlin. Ja, das ist ein Kollege von uns. Der hat eine ganz besondere Lackierung, ihr seht es. Ein Flixbus. Ah, sehr schön. Dann auch gute Fahrt, Kollege. Wo immer es dich auch hinführt. Oh, ich bin zu schnell. Gottes Willen, dass ich noch nicht geblitzt wurde. Da kommen die Erschafften schon. Gut, dass die mich nicht gemessen haben. Du hast doch wohl ein Ei am Bandern. Das ist weiterhin 80, die fahren alles zu schneller vorne. Auch wenn ich nur 75 fahre. Aber trotzdem, naja. So, wie ihr seht es, Leipzig, Dresden, Berlin sind. Das ist die Richtung, in der wir jetzt fahren. Ihr seid zu schnell, Kollegen. Wisst ihr das eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Ich muss links rüber. Ja. So, weiterhin 80. Ich glaube, soweit ich weiß, war das andere Stück jetzt 80. So, da ist es aufgehoben. Wir dürfen wieder 100. Einmal rechts rüber. Dann haben wir noch 245 Kilometer vor uns. Du bist doch behindert. Warum fährst du mir in die Karre? Also, da kann ich doch nun wirklich nichts für. Ich war schon längst auf der Spur. Da fährt er mir einfach rein, statt zu bremsen. Oder links rüber zu fahren. Das ist ein Taxi. Das, mehr muss ich dazu nicht sagen. Also, wahnsinnig ehrlich. 60. So, du stand gerade auf den Anzeigen. Ganz klar. 60. Überholen mich sogar die LKWs. Ich packe es nicht. Da stand es aus 60. Oder bin ich blöd? Mit den Verkehrsbeschränkungen hier scheint die es nicht so zu halten. Naja. Ich habe auch keine Lust geblitzt zu werden. Das gibt nur wieder Punktabzug. Ich glaube, mittlerweile ist das aufgehoben. Hoffentlich zumindest. Da war da gerade eine Ölspur rechts. Deswegen war es wahrscheinlich 60. Jetzt ist es wieder aufgehoben. Okay. Glück gehabt. Wieder ein Kollege. Guten Morgen. So, hier sind die Wortregistrier-Dinger. Ihr kennt sie wahrscheinlich. Okay. Spannende Musik So, 120 Machen wir mal rechts Dann werden wir mal ein bisschen langsamer Hier ist 80 Tunnel 70 sogar nur 70 Wir fahren genau 70 Das ist doch mal was, oder? Wohlen ist ja auch verboten Dann bleiben wir einfach mal rechts Kann nichts passieren So, dürfen wir wieder schneller Dann haben wir noch 184 Kilometer Das Wetter scheint dann auch noch mitzuspielen Also schön sonnig im Moment Kein Funken Oder kein Irgendwie Dass hier irgendwo eine Wolke jetzt auftaucht Schon wieder eine Ölspur Irgendjemand findet hier Öl Richtig schönes Wetter an diesem Pfingstsonntag Natürlich viele unterwegs Weil ja morgen ja noch ein weiterer Weil ja morgen Feiertag ist Fixmontag Dann haben die meisten natürlich frei Ich auch Ich auch Dafür dazu Es ist ja auch wirklich heute ein schönes Wetter An diesem Pfingstsonntag So wie wir es ja heute auch haben Deswegen Ihr seht es ja unten auch Sonntag 28 Das stimmt jetzt mit der Zeit nicht mehr ganz überein Aber ja Ich denke es verkraftbar Jetzt sieht es ein bisschen neblig Sieht so aus Also wenn man da so in den Horizont guckt Sieht das schon ein bisschen diesig aus Es ist gleich vorbei mit dem schönen Wetter Ich hoffe doch nicht Guck mal der Schwarz hinter mir Der kann das Nach links ausweichen Das Taxi vorhin konnte es nicht Ist mir voll in die Karre gedommert Aber ja Das ist halt der KI ne Da kann man nichts gegen tun Außer dass ich jetzt links vor muss So Hier war doch jetzt irgendwie Irgendwie kam da auch gleich ne Blitze Mal nicht War jetzt hier mal lieber mit 80 Weil da waren gerade Schilder Und ich bin auf der Fahrt wo ich das ganze abgefahren bin Bin ich geblitzt worden Kurz vor ein paar Platz Deswegen Jetzt hier mal ein bisschen vorsichtig Da steht auch 70 Und stand da 70 Oder was stand da Können wir fast nicht vorstellen Ne 80 Ne 80 Fahrt hier beruhig Alles schneller Ich halte mich an die Geschwindigkeit Das wahrscheinlich hier wegen dieser Steinen Kurve hier Dass hier nur 80 ist Ja kann ich mir schon gut vorstellen So da ist das ganze wieder aufgehoben Oder Ne 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 Um Gottes Willen Ist noch nicht Noch 80 Bleib ein paar mal bei 80 Bis Komplett Stehen kommt wo das komplett aufgehoben ist Alles Wir kommen jetzt eh nicht mal allzu weit Bis zum Parkplatz 17 Kilometer noch Zirka Nicht ganz So Das ist immer noch 80 Die Polizei Die fährt zu schnell Alles viel zu langsamer Sieht voll vor mir rein Die können das Die dürfen das Ne Die Polizei darf das Die darf auch über Rot fahren Die darf auch jemanden Ja wie soll ich sagen Auf dem Zebrastreifen Einfach drüber fahren Obwohl da jemand drüber möchte Das darf die Polizei einfach alles Wenn wir das machen So hier ist der Packer C-Rollswind Das heißt Hier werden wir abfahren Da ist auch wieder eine Kontrolle Zweitens schon Deswegen wir müssen eh hier runter Kommen wir gar nicht dran vorbei Wenn wir hier unsere Pause abhalten Nachdem wir die Kontrolle Bei uns ergehen lassen haben Ihr seht es hier Stopp Polizei Wenn wir das auch machen müssen So So Hier mal schön langsam Die Abfahrt rein Wenn wir nichts vor dran eiken Muss ja nicht sein 60 fahren wir mit 50 Ich glaube da machen wir nichts verkehrt Dann fahren wir hier schön in die Kontrolle rein So stehen die Herrschaften schon So Haben wir denn diesmal auch alles erledigt Das grün Zack 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 9 von 9 Und Jawohl ja Alles super grün Das ist perfekt Gut Dann können wir uns auf unser Packplatz Begeben Und dort unsere Rast abhalten So Jetzt wäre Wenn ihr jetzt auf den Busport schauen würdet, würde jetzt stehen aktuelle Ansage Rastpause Heroldswind A9. Genau die spielen wir jetzt ab durch Druck auf die Taste 0 auf den Nummernblock. Sehr geehrte Damen und Herren, wie angekündigt, werden wir jetzt eine 20-minütige Rastpause einlegen. Ich lade Sie herzlich ein, unseren Service mit einem köstlichen Kaffee, Tee oder Erfrischungsgetränk zu genießen, das selbstverständlich für Sie kostenlos ist. Wenn Sie den Bus verlassen sollten, bitte ich Sie rechtzeitig zurückzukehren, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen können. Bei eventuellen Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear Ladies and Gentlemen, as announced, we will now take a 20-minute break. I would like to invite you to enjoy our service with a delicious coffee, tea or a refrigerating beverage, which is of course free of charge. If you leave the bus, please make sure to return in a timely manner, so that we can continue our journey on schedule. If you have any questions, please do not hesitate to ask me. Thank you for your attention. So, dann können wir die Pause abhalten. Und zwar durch Druck auf die Escape-Taste kommen wir an dieses Menü, was ihr hier links seht. Und dann geht ihr mit der Maus einfach auf Rasten und drückt da drauf und dann funktioniert das Ganze. So, damit haben wir unsere Pause abgehalten. Können uns nochmal umschauen, ob alle Fahrgäste eingestiegen sind, das ist der Fall. Können sich hier noch so ein bisschen auf dem Parkplatz umsehen. Gut was los, wie ihr seht. Ja, da würde ich sagen, setzen wir unsere Fahrt nach Leipzig fort. Steigen wieder in den Bus, setzen wir uns aber noch nicht hin, sondern, denn als nächstes würde jetzt auf dem Busbord stehen, oder steht auf dem Busbord, aktuelle Ansage, Ende Rastpause. Und diese lösen wir jetzt wiederum mit Druck auf die Taste Null aus, und zwar so. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben eine angenehme Pause gehabt. Wir warten noch auf zwei Fahrgäste, bevor wir unsere Fahrt fortsetzen werden. Haben wir Sie auch eine erfreuliche Nachricht, denn bisher ist die Fahrt ohne besondere Vorkommnisse verlaufen und wir sind bislang ohne Verspätung. Wenn alles weiterhin reibungslos verläuft, sollten wir pünktlich in Berlin ankommen. Ich wünsche Ihnen von hier vorne weiterhin eine angenehme und komfortable Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear Ladies and Gentlemen, I hope you have a pleasant break. We are still waiting for two passengers, before we continue our journey. I also have some good news for you. So far the trip has been without any incidents, and we are on schedule without any delays. If everything continues to run smoothly, we should arrive in Berlin on time. I wish you a pleasant and comfortable journey from here on. Thank you for your attention. Ja, das war das mit der Pause. Als nächstes geht es dann jetzt weiter nach Leipzig. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen, das ist weniger schön, aber dem ist dann halt so. Ja, als nächstes würde jetzt stehen, aktuelle Ansage Ankunft Leipzig. Und deswegen fahren wir hier geschwind weiter, weil wir sind ja noch gut 100 Kilometer. So, auf geht's. Nächster Halt, Leipzig, Hauptbahnhof. So, auf geht's. So, nähern uns jetzt mit nie Riesenschritten Leipzig, auch wenn das Wetter mittlerweile umgeschlagen hat. Boah, da kann man aber leider nichts dran machen. So. So, kann auch nicht mal allzu lange dauern, bis wir dann hier runterfahren. In der A9. Schön wieder 80. Dann fahren wir die auch. Also kommt gut was runter jetzt. Ordentlich am Schütten. Meine Güte. So, das dürfen wir wieder schnell, oder? Hier ist 130. Warten wir das erst mal ab hier. 130. 130. Also 130 scheint hier die Marschruite zu sein. Die können wir eh nicht fahren, von daher. Können wir auch Gas geben, beschleunigen. Ohne hier natürlich in die Betonbahn zu fahren. � небaum. Kein. Okay. W joyful. uw serial. Und? Ja. So, immer 50 Kilometer noch. So, da müsste jetzt gleich irgendwann mal die Abfahrt kommen. So, hier dürfen alle wieder schneller fahren, wenngleich ich das bei dem Wetter gar nicht machen würde, aber das ist nur meine Meinung. So, Leipzig ist glaube ich noch geradeaus, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, geht es nach Dresden, Hannover, Leipzig ist geradeaus. So, hier ist schon wieder irgendeine Beschränkung, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach Mensch, Leute, als ob ich da immer was für kann. So, wir fahren hier runter und dann zeige ich, dann mache ich jetzt gleich folgendes. Denn, wenn ich die Autobahn verlasse nur noch so wenig Kilometer ab, dann spiele ich die nächste Ansage ab, Ankunft Leipzig Hauptbahnhof. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Leipzig Hauptbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir sie daran erinnern, ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Leipzig einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Leipzig Hauptbahnhof etwa fünf Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear Ladies and Gentlemen, we are now approaching our intermediate stop at Leipzig Main Station. We would like to say goodbye to the passengers who are disembarking here and hope you had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and make sure you don't leave anything on the bus. It was our pleasure to welcome you as our passengers and we hope you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay in Leipzig or a safe onward journey. Have a good one and goodbye. Hi. At this point, we would like to inform all passengers continuing their journey that our stay at Leipzig Main Station will last approximately five minutes. Please make sure to return to the bus on time so that we can continue our journey as scheduled. Thank you for your attention. Yeah, so viel dazu. Also, ihr solltet das immer schön, wenn ihr die Autobahn verlasst, immer abspielen, damit ihr genug Zeit habt für die Ansage, weil es wäre ja blöd, wenn die Ansage noch läuft und ihr habt euren Halt dann schon erreicht. Das sieht immer ein bisschen blöd aus. Deshalb, sobald ihr die Autobahn verlasst, spielt diese Ansage ab, dann habt ihr genug Zeit, die Ansage spielen zu lassen, bevor ihr dann einhaltet. Ihr seht, fünf Kilometer noch, weil die Ansage zieht sich auch etwas und von daher ist das ganz wichtig, dann rechtzeitig die Ansage abzuspielen. Na komm. Geht doch. Er ist ein bisschen los, oh. Da gibt ja kein Gas mehr. Jetzt haben wir auch jede Ampel rot. So... Vorn und noch rechts. Nachdem wir auch diese Ampel überwunden haben. und dann dürfen die Damen und Herren bei bestem Wetter aussteigen also zumindest die, die hier in Leipzig ihr Endziel haben und ich auch, weil ich boarden muss aber das dann, wie gesagt, in einem nächsten Video so das war es von mir fürs Erste von München nach Leipzig wie gesagt, die nächste Fahrt von Leipzig weiter nach Berlin seht ihr dann in einem nächsten Video wenn es euch bis hierher gefallen hat würde mich ein Daumen nach oben freuen wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts für alle die, die neu auf meinem Kanal sind lasst ein Abo da bis zum nächsten Mal euer Denny Spieters wenn wir unsere Fahrt von Leipzig nach Berlin fortsetzen macht's gut, bis dahin Ciao, Servus und Tschüss euer Denny Spieters Bye Bye